Was ist denn du denn? Hallo! Hallo! Ne! Hier kommst du nicht rein! Ich lass den nicht durch! Ich blockieren von der anderen Seite! Komm! Beide drauf fangen! Novel! You shall not pass! Suicide Battle, oder? Ne, das lohnt sich halt wirklich nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass da unten was ist. Direkt bei uns einer, meistens? Ja, ich weiß. Zwei direkt bei uns zwei. Gehen wir ins Brände? Nein. Oh, ich lande am Dach. Hab verkackt. Und beim Bränden? Okay. Ja, ich bin da hingeblieben mit den... Aber ich hab'n Rucksack... Ah, ne... Hab'ne Pfanne. Ja. Hab' einen der beiden. Von... Bei mir? Oder was? Ne, ich hab' einen von den zwei. Ja, ja, die bei mir gelandet sind. Ja, ja. Einen von denen hab' ich. Ja, von der nicht. Ich hab' einen Hauptentgang. Ha! Gefand! Ha! Gefand! Ha! 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 Wir haben wahrscheinlich gleich Spieler. Mach' dich ready. Ja. Ja. Stepp's irgendwoher? Ja, in dem Haus, wo wir dran sind. Bei dir! Bei dir! Bei dir! Easy. Get rekt! Puh! Darauf scheiß'n Einzelschuss ist fast alles genau. Steps! Spieler! Happen! Headshot! Ich hab' nicht mal eine Meldung bekommen, war das der Einzige, oder? Das war ein Einzelner, ja. Der hat noch einen SR-Kompensator, einen MAD-Kit. Sollen wir in die Richtung gehen? Ich hätte es echt gerne abgedrückt. Nur um zu schauen, ob ich dich noch treffe. Warst du geblendet? Nein! Okay. Boah! Schwer! Spieler! Hab' einen! Der MAD ist noch da! Fack, 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 fack! Boah! Der hätte sich fast erschossen! Hat'n! Hast'n! Ja! Ich hab' ihn zweimal angeschossen und musste aufhören zu schießen, aber du bist mit genau das Bild dann, ne? Ja! Gut! Ich musste halt move'n, aber ich wurde halt angeschossen. Hast du noch'n Booster zufällig? Ich hab' keinen! Ja, der hat hier! Driften zwei ab, glaub' ich. Ne, einer hat's oben drauf geschafft. Einer ist oben drauf. Naja. Hat'n Mulde? Ja, es ist ne, keine Waffe oben. Fuck. Äh, Wohnhaus, oder? Ich werd' beschossen. Ja, lauf' Wohnhaus, wenn du kannst. Einfach zickzack Wohnhaus. Ich versuch' ne Waffe zu finden jetzt. Ja. Ne, Schrotze. Hab' einen ausgenockt. Hab' einen gekillt. Ja, ich hab' ja noch immer keiner davon gekillt. Ja, wie willst' er? Novo oder Military? Du zuckst ja aus Müll an. Ja, guck, dann geh' mal unten zu den neuen Automatis. Oh, du meintest. Oh, jetzt hier kann man... Wir haben einen geiler Abstieg. Meinst du sterben, wa? Ach komm, wir try'n. Ich bin ja bei dir... Ach, es geht. Easy. Eben. Locker. Nein, nix, leider. Oh, oh. Okay, da geh' ich nicht runter. Hast du das grad gesehen? Ja, hab' ich. Ich hab's voll drauf, wenn du da fragst. Ne, ich will's gar nicht sehen. Es hat mir einmal noch nicht. Das blöde ist, ich komm... Ich glaub' ich nicht zu dir. Ich glaub' du nimmst weniger Schaden, wenn du gleich weiter runterstiegst. Ja, ne, ne. Alles gut. Da war ein Abstieg auf der genau gegenüberliegenden Seite. Hast du zufällig ein First Day gefunden, oder? Äh, muss ich gleich gucken. Ich glaub' einen Booster hab' ich. Na, hab' den da schon. Ja, ich hab' meinen Booster, den dropp' ich dir eben hier. Hinter dir. Okay. Da auf der genau gegenüberliegenden Seite war halt ein Abstieg. Ja, ich dachte, das geht schon. Und ich hab' nicht gedacht, ich sliden anfangen und irgendwie... ...damage nehmen, ne. Oh, fuck. Uh. Ist ja auch kurz vor Sterben. Ja, da glaub' ich nicht. Da ist auch scheiße. Ach komm, hier. Oh, ich slide schon wieder. Oh, man. Sieh' der slideshowst du nicht? Ja, ja. Okay, wir sind beide im Arsch. Oh, fuck. Ist halt gelebt. Ja. Easy. Okay, ich slide wieder. Oh, das ist geslider. Easy going. Der Beretta steht drauf. Hier links. Ja, ja. Ach, bei Wagen. Ja, willst du über die Brücke? Ja. Okay, wir fahren da. Ja, ich hab' gesagt, über die linke Brücke, weil ich hier nicht wollte. Ach so. Aber hey. Ich hab' das schon bewusst gesagt, dass wir gleich schauen, dass wir über die linke kommen. Ach, das geht schon. Ja. Ja. Ja, jetzt wahrscheinlich noch. Wenn wir's gleich gemacht haben. Fahren wir einfach weiter. Ja. Willst du noch jetzt neuerfahren? Oh, fuck. Oh! Jetzt weiß ich auch, warum du meintest. Du weißt nicht, ob sich's ausgeht, ne? Alter, das war Sinn. Straße folgen. Straße folgen. Ja, ja. Oh, fuck. Okay. Ziemlich sicher hab' ich grad Steps gehört bei mir irgendwo. Auf meiner Seite seh' ich gar nichts. Ich weiß halt nicht, ob die gehen, falls wir sie nicht sind. Also... Jo, Spieler. Wo? Wo? Da haben wir Zeit für. Okay. Der Meld ist auch dort. Der ist jetzt um die Ecke auf deiner, auf deiner Ostseite. Der kommt zu mir. Ja. Hup. Mensch, der hat mir nur ein Dreier vorbeigebracht. Das ist ja nett. Ich würd' sagen, wir musen jetzt, oder? Wir müssen an die Bäume davor. Jetzt haben wir gleich einen Blick. Nach da vorne willst du eben. Nach da vorne willst du eben. Hab's in rechts. Schiehst du? Ja. Hab'n Header gegeben. Hab'n. Oh, fuck. Wurde rechts von mir, rechts von mir, rechts von mir, rechts von mir. Oh, fuck. Ausgenockt. Der ist außerhalb der Zone hier, gerade rechts von mir. Arvin. Riech ich dich noch? Weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, ob's das wert ist. Du wirst es mir wert. Wir haben noch keinen Lens gespielt, das ist der, den du angeschossen hast. Bei den Häusern. Nee, ich hab'n gekillt. Ja, okay. Nee, da war noch einer. Ich hab'n medkillt. Ich hab'n medkillt. Ach. Oh, fuck. Mein Helm ist fast im Arsch. Ja, das ist fast. Okay, danke. Okay. Ich geh'n die Bäume hier nach vorne, rechts, nicht anlenken. Die könnte in den Häusern. Ja, aber dann musst du auch zu uns kommen. Schmeiß'n wir hier nach vorne. Links von den Häusern, ja. Links? Ja. Ich seh'n nicht, wo ist er? Ganz links. Haben gehütet. Das ganze linke Gebäude schaut links raus. Nice. GG. Ja, GG. Ich hab' 3 kills. 6. Nice.